Und geben ihm seine Stupenerhöhung. Zusätzliche Waffenfertigkeit. Rettungswürfe. Elf Trefferpunkte. Zauber des ersten Grades. Er kann jetzt Paladin-Zauber. Okay. Zwei Händler dann. Eigentlich Axt. Oder Speer. Speere sind auch zweihändig. So. Eine Rüstung des Glaubens. Wer glaubt ja an einen bösen Dämon? Oh, hier gibt's noch einen Platz. Machen wir mal Personenfestheiten. Für den Fall, dass mal wieder einer von uns übernommen wird. Auch eine Rüstung des Glaubens für dich. Du kannst gar nicht zaubern. Und du hast schon voll. Okay. Okay. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Also schlagen wir uns jetzt hier durch den Wald. Wenn wir irgendwo einen Weg hineinfinden. Oder machen wir jetzt nochmal einen Quick Save. Weil da sind Aurochs. Eure Käuptling ist böse. Eure Käuptling ist richtig böse. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Heilungselexion. Oh, der Wasseropal, oder? Mal gucken. Das geht auf jeden Fall an Dorn. Der Beschützer der Unwürdigen kann nur durch Fluchbrechen wieder abgenommen werden. Okay. Nichts Besonderes. Also nichts Tolles. 200 plus 1. Den Regenerationstrank. Die kann Dorn auch gern mal runterwürgen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Your weakness diminishes us all. No, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Eure Schwäche hält uns alle auf. Was wäre besser, wenn ihr verschwinden würdet? Sagt Dorn zu Nera. Und Nera sagt, ich glaube so lange, dass sie besser aussehen würde, wenn eure Haare brennen würden. Alle eure Haare. Nicht nur die Haare. Nicht nur die Haare. Nicht nur die Haare. Nicht nur die Haare aus dem Kopf. Okay. Ich werde mich mit dem Kopf zurückkehren. Ich werde mich mit dem Kopf zurückkehren. Oh, hier sind zwei Wesen dieses Mal. Wo bin ich? Was ist passiert? Beruhig dich. Ihr seid sicher. Ihr seid auf der materiellen Ebene. Eine Welt namens Tore. Ihr seid in meiner Welt. Ich habe euch hierher gebracht, um mich vor dem Monster zu retten, wie Helden es tun. Nehmen wir... Ja, nehmen wir mal die zwei. Ihr habt meinen Dank. Ich dachte, der Tod sei mir sicher. Dürfte ich ein paar Fragen stellen? Was wollt ihr wissen? Wer seid ihr? Mein Name ist Rihandra. Welche Rasse gehört dir an? Oh, ein Tiefling. Noch nie ein Tiefling gesehen. Meiche nennen uns auch kleine Unheule. Ihr seid ein Halbteufel. Teufel dem, aber wer weiß es. Ein wenig scheues an Blut fliegt es durch meine Art. Das ist alles, was ich weiß. Also seid ihr böse? Zum Teufel damit. Ich bin kein komplettes Ungeheuer gebunden durch mein Blut. Ich kann so gut oder böse sein, wie es mir beliebt. Seid ihr so empfindet? Ich habe noch eine Frage. Was wollt ihr wissen? Wo kommt ihr her? Ich wurde in Sigil, der Stadt der Türen geboren, aber ihr habt mich beim Bereisen der Elementar-Ebene der Erde erwischt. Dort bin ich dem Steinmonster begegnet. Was habt ihr auf der Elementar-Ebene der Erde verloren? Ich war auf der Suche nach Gold. Was auch immer ich mitgehen lassen konnte. Man findet Diamanten so groß wie euren Kopf, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich habe noch eine Frage. Was wollt ihr wissen? Was für ein... Was ihr mehr als Belohnung dafür gebt, dass ich euer Leben gerettet habe? Jawohl, ich habe genau das erwartet. Niemand macht etwas umsonst. Neben meinen Ringen wird euch gute Dienste erweisen. Danke, ihr könnt nun gehen. Ich muss ein Zürcher zurück nach Hause finden. Lebt wohl, Schneider. Ich habe einen Tiefelding namens Leander herbeigerufen. Ja, okay. Ring. Oh, Widerstand auf alles. Das nehme ich gerne für mich selber. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ein Loch. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Worum ihr braucht, nur zu fragen, ja? What? Ha, my aim is true! Wie kann ich helfen? Ha, my aim is true! Death comes swiftly! Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hm. Yes, dear. Noch ein Amulett. Und... Zauber. Ist das ein Flaschengeist-Zauber? Amulett des Flüsterns. Wortloses Zaubern. Äh, was trägst du gerade? Ach so, du trägst den, der... ...zweiten Grad gibt. Dann nimm du doch mal den. Und ich habe hier... ...Schutz-Amulett. Hm. 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 Habe ich nicht hier zufällig einen Ring plus zwei oder so gehabt? Prinzen Ring, den könnte ich anlegen. Hm. Nee, hier drin nicht. Ich glaube, hier hatte ich gar keine magischen Sachen mehr drin. Äh. Ich habe wirklich... Kein Schutzumhang mehr gerade zur Hand. ...hä? Nee. Sieht schlecht aus. Dann gibt mir den ganz normalen Ring des Schutzes. Danke dafür. Außer irgendjemand von euch trägt einen guten Ring. Nee, aber du trägst... ...Korvin trägt zum Beispiel gar keinen Ring. Und dann fehlt eigentlich auch noch ein Ring. Okay, den kann... ...keiner anlegen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Bisschen Geld? ...und ein höherer Schatten. So, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Der noch etwas Spinnenseide bewacht. Okay. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Attribut gesenkt. Hast du eine Genesung? Nein. Haben wir Trank der Genesung? Äh. Nicht hier. Nein, auch nicht hier. Worum, wie ihr wünscht. Ja, damit... ...damit muss ich dann wohl... ...erst einmal zurück ins Lager reisen. Aber ja, wenn ich es mir so angucke... Oh, wir können noch ein Stück nach unten gehen. Und hier die Karte verlassen. Okay, den Zauber konnte ich lernen. Der bringt mir nicht. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber ja, kurz ins Koalitionslager. Was in der Hölle machst du hier? Was für eine Hölle macht ihr hier? Äh... Wo soll ich hingehen, Kopfhördanken? Ich werde nicht lange hier sein. Ich brauche einige Vorräte, bevor ich mich mit der Suche nach den Höhen... ...mit der Suche nach den Höhen beginne, die unter Drachensperr führen sollen. Nun, je schneller diese Belagerung beendet ist, desto eher komme ich nach Baldur's Tod zu meiner Familie zurück. Wie ihr wünscht. Mann, wie freundlich. Ich muss hier drüben hin. Mann, wie le happened! S., seinne Scripturefen. Mann, wie le Hemig ist. Mann, wie le Tempaar! Mann, wie le Angehördamp 소 J Finstern sollte ich hier in die Höheatem ein Nemherr zablernen. Mann, wie le Angehördamp! Mann, wie le oln? Feuer!